Der Wochenrückblick Nr. 120 von Motorrad-Online.de zeigt euch heute Motorräder, die es bei uns leider nicht mehr gibt. Dann haben wir noch Motorräder, die es bei uns noch nicht gibt und welche, die es zum Glück bei uns nicht gibt, sagen zumindest manche. Präsentiert von FCMoto, dem Online-Shop für Klamotten, Zubehör und Ersatzteile, den es zum Glück wirklich gibt. Dein Online-Shop für Motorradbekleidung und Ausrüstung. Mehr als 100 Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte, weltweiter Versand und Bestpreis-Garantie. Kaufe jetzt bei FCMoto. Freunde des großzylindrischen Reihenvierers dürfen sich freuen. Die CB1300 von Honda als Super 4 oder Super Boldore kostet 2024 ab 9.500 Euro. Mehr Motorrad für weniger Geld geht fast nicht, doch leider, wie gehabt, nur in Japan. Dort darf der große Vierer noch ran und ist dort ein Kultgrad reinsten Wassers. Seit 2013 gibt es The Big One, ich weiß, das stimmt jetzt nicht ganz, bei uns nicht mehr. In Japan wird sie regelmäßig gepflegt und hat seit 2021 Ride-by-Wire und LED-Beleuchtung und ein bisschen moderneren Kram. Und obwohl es sie bei uns nicht gibt, können wir ein bisschen aufatmen, denn ich war mir tatsächlich gar nicht sicher, ob Honda die CB1300 in Japan weiterbaut, denn 2023 wurde die ebenfalls Japan-exklusive CB400 mit dem Vormotor bereits eingestellt. Technisch bleibt bei der CB1300 alles wie bekannt. 1.284cc, 113 PS, 112 Newtonmeter, schicke 4-in-1-Anlage, radiale Nissin-Stereo-Dämpfer, alles recht klassisch gezeichnet. Gewicht 266 Kilo für die Super 4 und 272 Kilo für die Super Boldore. Und wem das alles nicht reicht, dem bietet Honda dann noch die SP-Modelle in Japan. Die haben dann Brembo-Sättel, Öl-ins-Gabel, Öl-ins-Dämpfer und eine schicke 3-Fabia-Kirung dazu. Und selbst dafür, also für die SP-Modelle als Super Boldore, steigt der Preis auf maximal umgerechnet 12.000 Euro. Das kann man sich hier schon gar nicht mehr vorstellen. Übrigens, 2023 feierte Honda 30 Jahre Big One in Japan mit einem Sonderlack für die CB1300. Und wer jetzt schon anfängt, die Pfandflaschen im Keller zu zählen und einen befreundeten Import- und Exportunternehmer zu beauftragen, die Zulassung in Deutschland ist theoretisch nicht mehr möglich, denn dem Ding fehlt einfach die Euro5-Homologation. Und selbst wenn man das mit dem Abgas hinkriegen würde, der obligatorische OBD-2-Stecker, der fehlt und den kannst du nicht wegdiskutieren. Ja, sorry Leute, ich würde euch da auch lieber erzählen, dass es die CB1300 wieder in Deutschland gibt. Aber ist nicht so. Und dann habe ich mir nochmal das Interview mit dem neuen BMW-Chef, also BMW-Motorrad-Chef angeschaut, das wir ja exklusiv geführt haben, und zwei Themen entdeckt, die doch sehr interessant klangen. Zum einen, da gibt es wohl einen Nachfolger, einen elektrischen Nachfolger des C1-Rollers. Richtig, der C1, die Älteren erinnern sich, das war das Ding mit dem Dach und den Gurten und ohne Helmpflicht. Den gab es Anfang des neuen Jahrtausends als 125er- und 180er-Version mit 15 oder 18 PS. Das ist damals so lala, heute irgendwie auf dem Weg zum Kult und wohl mit elektrischer Zukunft. Und genau das erinnert an den C1e, das Konzept von 2009. Quasi den elektrischen Nachfolger des C1, damals allerdings noch auf der Technik von Vectrix-Rollern. Und der kam allerdings nie. Und jetzt so im Kontext mit dem Interview mit Markus Flasch wird es dann noch ein bisschen konkreter. Denn seit 2018 haben BMW und der Elektrohersteller Gobex, kennen wir von dieser E-Schwalbe, die da so durch die Städte flitzt, haben da irgendwie so eine Kooperation, Lizenzvereinbarung eben für das Konzept oder für einen elektrischen C1. Der sollte dann eigentlich schon 2021 kommen. Wir warten allerdings noch drauf. Aber Elektro scheint wohl Chefthema in München zu sein. Mal sehen, was da rauskommt. Das zweite BMW-Thema für die Zukunft im Interview mit Markus Flasch sagte, dass BMW-Motorrad gerade Modelle entwickelt, die zwischen der G310, also der umgedrehte Einzylinder, und der F800 liegen, also irgendwas so um die 400 oder 600 Kubik. Und genau das hat sich Motorrad ja vor zwei Jahren schon gedacht und hat mal eine F500 zeichnen lassen. Wobei mittlerweile dürfte diese Klasse auch über 500 Kubik haben und auf die 600 Kubik zugehen, weil der Markt sich einfach dahin entwickelt. Gebaut werden dürfte diese Reihe allerdings im Ausland. Wahrscheinlich bei Longching, da kommen ja auch schon die aktuellen F-Motoren her und auch die 400 Roller. Oder bei TVS, da kommt der G310 her. Oder so in den letzten Monaten oder Jahren formiert sich Bajasch auch immer mehr als Auftragshersteller, denn da bei Bajasch laufen ja mittlerweile die ganzen 125er und 93er KTM's und mittlerweile auch die 400er Triumphs vom Band. Also der Auftrag dürfte für diese Motorräder aus BMW wahrscheinlich nach Asien gehen. Jetzt schwenken wir gerade nochmal zurück zu Honda und Motorrädern, die es leider bei uns nicht gibt und die, wenn man Alkohol reinfüllt, sogar noch etwas mehr Leistung haben. In Brasilien baut Honda nämlich extra Motorräder für den südamerikanischen Markt und da ist neu die Sahara 300. Neuer Einzylinder, 293cc, 24,8 PS oder 25,2, wenn man das dort verbreitete E100, also reines Ethanol, in den Tank füllt, denn das gibt es da im Überfluss. Der Modellname Sahara stammt aus der Honda-Geschichte in Brasilien, denn es gab von 1989 bis 1999 eine Sahara 350, so eine Mischung aus XL350R und Transalp und die war und ist übrigens weiterhin die stärkste Enduro, die je von Honda Brasilien hergestellt wurde. 31,5 PS hatte das Teil damals. Interessant an der Sahara ist so im Vergleich ihr sehr starker Fokus auf den reinen Offroad-Betrieb. Also wir haben eine 21 18 Zoll Bereifung, 245 mm Federweg vorn, 222 hinter, 859 mm Sitzhöhe, 222 mm Bodenfreiheit und das bei 149 Kilo mit ABS. Preis umgerechnet ab 5.000 Euro. Und wer sowas in Europa sucht, muss entweder ganz exotisch bei AJP schauen, allerdings ohne Chance auf Straßenzulassung und wenn dann mit ganz wenig Leistung oder auf die mehr oder weniger exotische Vogue 300 Rallye gehen, die gibt es so ab 4.300 Euro oder bei Honda die CRF 300L oder Rallye kaufen, die gehen allerdings dann auch erst bei 6.500 Euro los. Also die Sahara 300, schickes kleines Moped, kann man hinten auf den Camper drauf schnallen. Und zum Schluss noch ein bivalentes Thema, denn entweder jubelt man oder man wirkt beim Anblick der Janus Griffin 450. Janus, das ist ein amerikanischer Hersteller, der sehr klassische, außergewöhnliche kleine Motorräder baut, die so irgendwie bestimmten Epochen nachempfunden sind. Die Motoren, das waren bisher immer 250er und 450er Einzylinder luftgekühlt von Shinneray, die kennen wir in Europa auch als Antrieb von den ganzen Nash-Motorrädern und die basieren im Grunde auf Honda-Konstruktionen aus den 80ern. Die Griffin ist als Scrambler konzipiert und geht klar in Richtung der 1950er Jahre und da streicht es auch fett mit einem sogenannten Vollschwingen-Fahrwerk, wie es damals eben Sitte war und beispielsweise BMW noch bis Ende der 60er Jahre durchgehend nutzte. Auch bei MZ, DKW, Simson und Herkules war diese Bauweise Schwinge hinten und Schwinge vorne sehr verbreitet. Rohrschwinge hinten und dazu klassisch geschweißt, schön gemacht, Stereodämpfer fast normal. Vorne wird es dann schon ein bisschen exotisch. Auf den ersten Blick ist es eine geschobene Langschwinge. Auf den zweiten Blick sieht man allerdings, dass es eine hybride Bauweise ist mit Anleihen einer Kurz- und einer Langschwinge nach dem Prinzip von Earls-Gabeln, also mit diesem umbogenen Vorderrad. Da geht also dieser Stahlbogen rum. Das war ganz früher in den 50ern so eine recht sportliche Gabelkonstruktion, weil die sehr stabil war. Heute ist es eher skurril gezeichnet. Und ein kurzer Exkurs. Kurz- oder Langschwingen unterscheiden sich durch die Lage des Schwingendrehpunktes in Relation zum Radumfang. Also, liegt der Drehpunkt im Radius des Rades, ist die Schwinge kurz. Liegt er außerhalb, ist die Schwinge lang. Jetzt gucken wir mal bei der Griffin. Da ist der Drehpunkt zwar noch im Radius drin, allerdings an dessen äußeren Rand. Also ist das per Definition eine Kurzschwinge. Und der technische Unterschied zwischen einer geschobenen und einer gezogenen Schwinge ist die Lage des Schwingendrehpunkts in Relation zur Radachse. Liegt nämlich dieser Schwingendrehpunkt, egal ob Lang- oder Kurzschwinge, hinter der Radachse, dann ist es geschoben. Das Rad wird quasi geschoben. Und liegt der Drehpunkt vor der Radachse, wird gezogen. Und das kennen wir von Hinterradschwingen. Das sind immer gezogene Langschwingen. Der Motor hat übrigens 30 PS, kennen wir von den Meshs, 21 Zoll Rad vorn, 17 Zoll Rad hinten, sieht ein bisschen skurril aus, aber taugt. Schön am Rohrrahmen, eben diese Schwingen, Karosse, alles handgemacht, tipptopp. Preis in den USA umgerechnet 13.495 Euro. Dafür wiegt die Griffin mit 149 Kilo aber auch gar nicht so viel. Und ob man das nun mag oder nicht, Zulassung in Europa würde ich wegen des mangelnden ABS bezweifeln. Da hilft auch der Status des kleinen Serienherstellers nicht. Und wer die 1920er Jahre und die Ära der Aufstecktanks lieber hat, mit der Helicon 250 oder 450 hat Janus ein passendes Modell im Angebot bei fast gleicher Technik wie der Griffin. So, da haben wir wieder was gelernt im FC-Moto-Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Und wenn ihr euch was vom neuen BMW-Chefe wünschen könntet, was wäre das, haut's raus. Wir freuen uns. Au revoir und ciao. Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte, weltweiter Versand und Bestpreis-Garantie. Kaufe jetzt bei FC-Moto.